so hallo zusammen da sind wir wieder wir gehen weiter tag 20 jetzt fahren fort ziel der heutigen folge insel lehrräumen zurück zu anderen und ich habe auch mal nachgeschaut bezüglich leben das gebe ich zu weil ich irgendwie wissen wollte gibt es das irgendwie einer speziellen insel oder muss man einfach ein bisschen suchen und ergebnis der suche ist theoretisch gibt es die leben vorkommen genauso wie hier vorne die stein vorkommen das heißt haben wir einfach so ein haufen steht nun halt leben dran das heißt entweder finden wir die hier auf der insel oder wir finden die im wasser jetzt gucken wir mal eine kiste aber so sachen hier nicht so weit so sachen sind dann wie gesagt im wasser oder auf der insel wir haben festgestellt auf dieser insel ist nichts dergleichen wie ist der ton relativ laut okay es geht zumindest bei mir ich hoffe bei euch ist es auch ein angemessenes verhältnis großartig fahren verloren egal machen wir weiter kann man einmal drauf zurückkommen wenn es wichtig war gibt es auf jeden fall kleinen nachtrag das wollte man so nicht okay machen wir erstmal hier wieder ein paar planken draus denn wie bekannt planken sind wichtig wasser auch wichtig sechs stück wieder da ist da ist noch nicht voll gut stimmt da hatten wir noch die gewählten planken drin die wollten wir aber dann verbauen was wir auch gemacht haben hier vorne mit diesem teil letzte schwimmer quasi jetzt hat nur die frage haben wir noch fleisch wollen wir noch fleisch machen noch mal fleisch geschlafen haben wir jetzt nicht ehrlich zu sein lassen wir das auch erstmal wir probieren das mal aus einfach so wie das ganze dann funktioniert weil im grunde stört es uns ja nicht wenn wir hier weiter holz machen mitten in der nacht das sehe ich meine das ist ja relativ egal und im grunde gewinnen wir so nur etwas mehr zeit das heißt wir können pro tag quasi mehr erledigen ja wir probieren das mal so können wir vielleicht am nächsten tag schon einmal kurz um die insel rum schauen ob wir dort besagten leben finden und wenn wir leben dort finden bauen wir den natürlich doch ab ach shit das wollen wir doch nicht mehr das ist unnötig das machen wir hier auf den müll stapeln brauchen wir nämlich nicht so verplanke noch haben wir da sechs planken jeder können noch drei rein und dann können wir mal 20 mitnehmen heute wird das wieder nicht die spannendste folge werden also es sei denn es passiert irgendwas unvorhergesehenes aber das werden wir dann gemeinsam herausfinden der planken voll das ist doch unglaublich hier das lassen wir mal fallen 1 2 3 die brauchen wir jetzt auch nicht und das messer legen wir auch immer ab und die stöcke ich finde es sehr beruhigend dass der gigant noch da ist ich weiß nicht wie es euch geht eigentlich müsste man das aufnehmen ja eigentlich hätte man das aufnehmen können sollen aber inventar voll wir hatten ja gesagt auch stöcke sind für uns interessant also nehmen wir die mit wir wollen auf der anderen inseln nicht unbedingt so viel abholzen voll voll sieben ok gucken wir mal aufnehmen so jetzt nehmen wir mal nur so viel damit wir direkt auch das im inventar platziert bekommen was noch ziemlich cool wäre wäre wenn man sagen könnte okay ich möchte jetzt zehn stück herstellen also müssen wir jedes mal neu gucken jetzt haben wir noch vier plätze für planken wir haben sechs uhr halb sechs quasi die sonne geht bald auf da hinten ist aufgefallen 3 so und das letzte wird glaube ich zu viel die letzte planke wir haben ja nicht mehr so viel platz wenn ich mich richtig wenn ich es eben richtig gesehen habe vier fünf planken aber gut wir haben noch platz für vier das sind vierter sind vier 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 okay das hat die frage nehmen wir das jetzt mit oder nicht warum müssen wir bald hin zurück was da drüben sieht wie bebaut aus ich bin echt ein bisschen fehl aber nicht so ganz orientiert gerade haben wir zufällig ein fernglas liegen übrigens habe ich auch etwas gelesen und zwar den kompass sobald wir ihn aufnehmen ins inventar ist der eine erfolg nicht mehr machbar sprich das spiel zu beenden ohne den kompass zu benutzen aus diesem grund da wir den ja schon ein zweimal im inventar hatten wenn auch nur um ihn irgendwo rauszulegen oder sonstige geschichten ist der erfolg nicht mehr machbar in diesem durchlauf von daher können wir dann jetzt auch weiterhin den kompass nutzen und dann so ein bisschen orientieren wohin wir denn jetzt fahren was brauchen wir für eine kiste zwei planken und einmal ein seil das ist doch großartig hier haben wir noch einen holzstamm den können wir noch zur planke verarbeiten hier vorne haben wir ganz viele seile und dann können wir noch einen holzkontainer bauen den wir dann wieder hier platzieren können gut nehmen wir jetzt wirklich alle hämmer mit hier vorne liegen brauchen wir die jetzt nicht unbedingt was wir jetzt noch machen wollen ist ein bisschen hier die kleinen pinien abholzen für richtig stöcke denn auf der hauptinsel brauchen wir auch wieder stöcke wir brauchen dort stöcke für feuer wir brauchen das stöcke um vielleicht den steg weiter zu bauen also ja stöcke werden auf jeden fall von nöten sein das ist aber kein lehm ne nein das stein gut das hat mich ein bisschen geärgert das ist auch noch einer schön ja das ist jetzt ein bisschen uninteressanter die insel als vorhin vorhin heißt in der letzten folge als wir dort angekommen sind aber ja gut ich möchte halt auf meiner insel eine schöne insel haben also auch noch ein bisschen flora haben vorne brauchen wir nicht unbedingt sprich gewächs und getier so unterschieden von daher ok da ist der moment wir können wieder was trinken sollte vielleicht auch wieder vielleicht sollten auch da nicht zu viel trinken auf einmal ja dann würde ich das sagen füllen wir hier die container alle mit stecken 19 tage überlebt mensch 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 gibt es noch einen erfolg einen tag länger gibt es einen erfolg den kriegen wir auch noch rum haben wir nichts groß vor die insel hier ist ja ich bleibe dabei der begriff ist nicht der schönste aber die insel ist gesäubert das heißt hier keine direkten bedrohung nichts mehr was irgendwie uns vergiften könnte ja mit vergiftung haben wir ja schon ein zwei mal so mut gehabt jetzt mal unwetter um halb zehn uhr morgens okay wenn sich das wieder verzogen hat jetzt werden wir unsere sachen packen und wie wir eben gesagt gesehen habe noch nordosten aufbrechen ja insel ist leer das einzige was wir jetzt noch mal schauen können ob wir vielleicht steine nutzen um noch eine spitzhacke herzustellen dann könnte man nämlich die steine auch noch mitnehmen verfeinert spitzhacke da brauchen wir zwei leder ich glaube die haben wir nicht ne hier haben wir holz gespeichert doch da haben wir doch zwei leder steine haben wir da unten haben wir nochmal ne da unten haben wir die ganzen speere drin genau ähm jetzt brauchen wir das was wir machen und zwei steine im endeffekt und dann können wir auch schon die spitzhacke bauen eins zwei da fahren ja die spitzhacke gut legen wir die stöcke weg dann packen wir hier noch ein paar rein ok hm 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 so sperr ach die zwei stecke ne die zwei stecke machen wir nicht zu sperren die machen wir da rein und notfalls zu sperren haben wir hier noch was drin noch mehr holz müll ok jetzt haben wir eigentlich relativ viele container relativ viel platz aber gar nicht so viele sachen die wir irgendwie einlagern können ich glaube großteil davon wollen wir auch gar nicht haben von daher ist es eigentlich ganz in ordnung so natürlich ganz wichtig das beschriftungsgerät schriftungsgerät ja ich bin mir sehr sicher das war eine gute entscheidung die steine mitzunehmen wie gesagt ich habe mich informiert bezüglich des lebens auch dort ist es so wenn wir leben abbauen wollen benötigen wir eine spitzhacke also haben wir das schon mal gebaut steine sind immer wichtig jetzt haben wir pro vorkommen 6 also 12 steine ja ich bin hier nicht eben platt gemacht hier ich bin hier nicht eben platt gemacht hier das nehmen wir auch noch mit logischerweise nichts verkommen lassen hier 1 2 3 4 5 6 1 2 steine hatten wir in dem ja ne ne wo waren denn die steine ich habe gerade was im augenblick gesehen guck mal da steht müll drauf das ist der müll container steht müll drauf das sind die planken container stehen planken drauf ich bin ich bin massiv begeistert ich bin wirklich höchst geradig angetan von dem ganzen steht auf der seite nur aber das ist ja in ordnung ich finde das richtig cool so da machen wir jetzt auch wieder stock lager kopiert ok eingefügt ok stock lager ok leute das ist doch großartig es sind die kleinen details das packen wir da rein das packen wir da rein kommt was lassen wir drin das nehmen wir mit blöde schlange ja scheiß den dann scheiß viel ok das den können wir abbauen oh das ging flott holz sterben und eine verfeinerte axt an den groben haben wir immer mit gut das nehmen wir auch mit 3 4 ok palmwedel noch mal eine schnur noch ein paar mädel dann stock noch ein paar mädel schön nehmen wir hier auch noch mal 1 2 3 ja haben wir nochmal acht paar mädel packen wir jetzt mal unter den müll container quasi über und unter und über den müll container alles was wir brauchen um relativ zeitig ein neues ding aufzubauen ach wir können sogar das feuer abholen die einzelnen tölzer nehmen wir mit das hätten wir vielleicht nochmal nutzen können um was zu trinken egal so haben wir alles wahrscheinlich nicht egal neuer gedanke dann kommt das müll container auch noch das dann müssen wir den vielleicht neu beschriften wo ist das beschriftungsgerät nennen wir es mal so dann wissen wir zumindest halbwegs was ich jetzt noch machen möchte ist diese leere kokosflasche nehmen verbrauchsgegenstände und dann können wir brauchen wir dafür zweimal aloe hält das länger oder so vielleicht ein atmungsboost sprich die ayuga pflanze möchte ich nochmal einsammeln und dann nochmal so ein bisschen hier um die insel tauchen quasi bisschen gucken ob es vielleicht tatsächlich sowas gibt wie das wird sich jetzt nützlich erweisen cool ja sowas zum beispiel hier ach Gott sind wir gut ja ok also wenn das jetzt tatsächlich so funktioniert dann werden wir das ganze so machen dass wir jetzt dann gleich dieses lehm destillierer ding bauen also das war jetzt nicht ich habe vorher geschaut oder irgendwas sondern ich habe das jetzt tatsächlich durch zufall gefunden ist hier noch so eins es ist noch ein lehm vorkommen das heißt lehm ist überhaupt nicht selten ja dann seid jetzt gleich mal gespannt auf die nächsten folgen ich bin gespannt ob es überhaupt eine folge 40 geben wird in diesem durchlauf und hier gibt es ja auch nicht ja das ist ein bisschen blöd dass man das nicht so gut sieht hier na gut ist also wir haben aber genug vorkommen anscheinend um die inseln rum ist das noch eins ja ja witzig ja 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 dann gehen wir mal kurz hoch und dann haben wir ja hin und riesen schiff auf dem wir aber schon waren dann ja krass dann haben wir einfach mal zwölf leben jetzt theoretisch die vorkommen größer aber für mich soweit in ordnung fetter fischer container haben schon geleert schön das da vorne düppelt so ein hai vor sich hin den wollen wir jetzt noch nicht unbedingt auf uns aufmerksam machen also ich bin das ich höh ihr merkt es ich bin so ein bisschen sprachlos ich bin erfreut durchaus das heißt dieser atmungs boost hat sich doppelt gelohnt quasi also ich weiß noch nicht genau warum doppelt um ehrlich zu sein aber der gedanke nochmal raus zu schwimmen und zu schauen ob es da was gibt gefährlich schlange wahrscheinlich dass das ding es möchte ja nicht ausprobieren um ehrlich zu sein ob das jetzt eine giftige schlange ist oder nicht hei keine ahnung ob kleiner hei, großer hei, böser hei, nicht böse hei möchte ich alles nicht ausprobieren schützen, fächer und und wie gesagt bei dem rauchen habe ich immer so ein bisschen ängste die sich da entwickeln oder aufzeigen ich bleibe so halbwegs in küsten näher also dass ich relativ schnell falls ein hai kommt, falls ich ein hai sehe abhauen kann hm kein lehm direkt mehr ich muss aber sagen die sicht ist ein bisschen verschlechtert worden durch den sonnenstand der beeinflusst das ganze irgendwie nicht immer zum positiven ja, müssen wir quasi einmal rum jetzt nicht überall so schön geschaut aber wie gesagt zwölf leben haben wir schon mal dann gucken wir mal was wir da reinpacken müssen bei der destilliererei destillationsanlage ne ja, spitzhalge gebaut fünf vorkommen 20 prozent weg von haltbarkeit von haltbarkeit hier ähm ja ist okay denke ich so wie gesagt ich glaube dort drüben müssen wir hin nach nordosten ich glaube das war die ich bin mir aber nicht sicher ich hatte es im letzten video angekündigt ich habe ein bisschen was vor produziert quasi mich in der zwischenzeit um ein paar andere sachen gekümmert ja und jetzt sind wir halt wieder dran ans schöne dieb ich weiß nicht mehr genau auf welche insel wir sind aber das müsste hinhauen und wenn nicht wir wissen ja auf jeden fall ist es um dieses boot drumherum um das schiff drumherum 18 uhr zack auf die minute genau ja das sieht aber gut aus da vorne sondern wenn wir treibstoff haben dann kümmern wir uns um massen an nahrung dann kümmern wir uns darum dass wir ganz viele wasserflaschen sammeln vielleicht können wir mit dem ja gut wasser können wir wahrscheinlich nicht im treibstoffkanister sammeln also wie das da aussieht ist die orientierung ja nicht ganz kacke dann können wir gleich ja noch mal um die insel hier rumtauchen ich weiß nicht wie lange dieser atmungsboost hält aber ist auch egal vielleicht kann man einfach noch mal hier um tauchen quasi und schauen ob wir hier noch mal lehm finden wenn wir das dann auch brauchen ist der steg aber wir fahren da vorne genau quasi jetzt einmal hier geradeaus durch das war mal ein da geht es gar nicht mehr vorwärts perfekt ok das schwein wenn wir es jetzt unser hausschwein wollen wir das beschriftungsgerät das stellen wir einfach vor die tür und sagen die ganze zeit und nein 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 oh man das habe ich nie das letzte mal ich für ein chaos hinterlassen was das denn das war nix das was ich ziehe das aber noch kurz ein bisschen rein genau ich muss mir jetzt mal den anker sind zwar halb an land aber egal dann kommen wir hier relativ gut drauf ja treibstoff destilliere das machen wir noch und dann haben wir quasi relativ lange durchgemacht dann würde ich auch zeitnah mal ein ziegelpresse nehmen wir erstmal destilliere treibstoff destilliere ok also wir brauchen zwei planken vier planken brauchen wir noch vier planken zwei seile zwei leben lehm auf machen toll auch noch da rein das platz hier dann ja das ist jetzt unser wachschwein kommt auch schwein jetzt drehen werde ich noch ein bisschen es ist so komisch dieses schwein hier zu bewegen weil es ja tot ist na jetzt wackelt es nicht mehr warum wackelt das jetzt nicht mehr ja es wackelt noch ein bisschen das heißt es wirkt noch so ein bisschen lebendig sehr schön das da rein ok weiter im text den da brauchen wir dann haben wir das seil vier stöcke und ich glaube vier steine das heißt wir brauchen drei steine und erst mal eine feuerstelle wo bauen wurde sie leben jetzt streibstoff das machen glaube ich hinten ja das machen wir hinten dann machen wir eine feuerstelle drumherum und dann brauchen wir wieder stöcke ja vier stück als hätte ich es geplant ich weiß nicht warum das jetzt ist aber ist im endeffekt egal machen wir es mal jetzt zu weit ok aufsammler das treibstoff destiniere und das feuer gehen wir mal davon aus dass wir das feuer an machen müssen dann müssen wir uns da oben da muss irgendwas rein vielleicht musste auch lehm drauf das würde ja irgendwie passend irgendein rohstoff den man sonst noch nicht hatte oder machen wir einfach feuer und dann passiert ok kommen wir für den vergleichen darauf zurück dann möchte ich jetzt irgendwie ein brennofen bauen weil da kann man dann auch wieder sachen herstellen ich glaube so trinkgefäß und so was und damit kann man besser wasser transportieren als wenn wir das mit 2 als wir das mit kokosnüssen können 1 2 3 brennofen das wird ja hier können wir den auch auf wir können auch unser haus stellen wir reinkommen direkt hier neben dem brennofen ich möchte schon reingucken stellen wir den einfach mal hier hin hier hin hier hin ich muss sagen ich finde es gefällt mir irgendwie nicht an der stelle ja es spät das wachschwein schwedet wachschwein schläft das war schwierig zu auszusprechen aber es ging was haben wir jetzt wieder genug bringt das das bringt genau eins ok 3 ich glaube es war noch eins drin und wenn ich es auch nicht stimmen ok ja das ist jetzt so was wie mit dem webstuhl und so weiter dass wir da einfach daneben gehen und dann irgendwie so ein gefäß herstellen möglich leichte haken ich sehe das nicht tag 20 es ist nach zwölf wir haben tag 20 überlebt nach zwölf bedeutet wir machen jetzt feierabend wieder eine sehr lange folge geworden 40 minuten ungefähr ja ausblick aufs nächste mal wir werden das haus schön machen haus aufbauen hier wahrscheinlich einfach nochmal diese ganzen jucker bäume und das alles absammeln und nach lehm schauen soweit der plan freut mich dass er dabei hat es wird bald ich bin dran ein best of geben von folgen 10 bis 20 folgen 1 bis 10 ihr wisst es selber von der tonqualität echt schwierig sich da nochmal rein zu finden die stellen raus zu suchen werde ich euch antun dauert aber noch ein bisschen ja das soweit der plan wenn wir das haben ihr werdet informiert bis zum nächsten mal wir sehen uns tschüss 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 tschüss